Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Quatsch, nicht Let's Play, angezockt von Rainbow Six Siege. Wieder mit dabei ist der Rewano. Ja, hallo. Und wir werden noch eine Runde Terrorist Hound machen gegen, ja, PC, weil, warum eigentlich? Weil das nicht so gut geklappt hat vorhin und ich weiß nicht, vielleicht spielen wir auch einen falschen Moldi, wenn wir auch hier, wo die reingegangen sind, mit Deathmatch gedöhnt. Kannst du mal versuchen, dass wir mal die Bösen sind? Nee, weil das heißt ja Terrorist Hunt. Da ist ja nicht Polizei Hunt. Ach, die Map hatten wir auch noch. Weil ich würde echt gerne mal die Bösen sein, aber okay, vielleicht geht das auch echt in der Beta nicht. Ist ja normal, dass die das vielleicht noch ein bisschen spannend halten wollen. Ich nehme jetzt einfach mal, ähm, anderes, ähm, nicht FBI, ich nehme jetzt mal Giga. Gucken, was die so drauf haben. Deine Pistole hier. Dann nehmen wir die. Banate. Ja. Sieht schon mal gut aus. Da unten ist der Onkel. Parking, ich komme auch zu dir. Und dann geht's los. Nee, ist schon echt ein geiles Game, so. Da muss man sich halt lange einspiegeln, ne, das ist dann... Ja, da brauchst du ein Team dazu. Genau. Ach so. Das heißt ja, T-Armberg. Machst du wieder Roboter-Style, oder was? Na klar. Ja, dann können wir ganz entspannt den Onkel mal wieder beobachten, wie er mit seinem kleinen Mini-Roboter da rumflattert. Hauptsache, du bleibst beim Mikrofon. Ich bin beim Mikrofon. Ich hab nur den Controller zur Seite gelegt. Weil ich, dann kann ich besser entspannt zugucken. Ja, da geht ja gerade durchs erste Loch. Oh. Oh, da sitzt schon einer. Hm? Erst mal direkt gescannen. Jetzt müsste das Ding eigentlich noch so eine Bombe an Bord haben, dann könnte man sich in die Luft jagen und schon wäre es eine Sprengfalle. Ja, buff, tot. Das wär geil. Uh. Na, der Onkel hat gleich die Aufmerksamkeit auf sich erregt hier. Aber er ist natürlich flink, der Kleine. Ja, die Puppen zählen leider nicht dazu. Das sind, ich weiß nicht, Attrappen oder Ablenkung. Ich weiß nicht, warum die hier stehen. Wahrscheinlich, weil es ein Übungsgelände ist. Der hört sich aber direkt an, wie sich er hat. Achtung. Da ist noch einer. Der sucht dich. Die haben aber auch fette Ausrüstung an, die Leute. Die sind komplett eingemummt. Das ist so ein explodierender Typ. Hm, genau. Der hat... Oh, da kommt der Bombe davon. Bombe A haben wir gefunden. Okay. Soll ich so lange machen, bis beide Bomben, oder? Ja, solange du überlebst. Solange du überlebst. Da sitzt auch noch einer. Oh. Alles klar. Das war natürlich wieder Onkel Style24. Ja, du hast noch einen. Und wenn du die aufgebraucht hast, dann, äh... Geh mal. Geh mal? Geh mal. Geh mal schön in die Basis rein. Dann hauen wir die alle weg. Geh mal hier. Geh mal den ersten Onkel aufs... Baller ich alles rein, was ich hab. Ich hab ja auch ne supergeile Sprenggranate dabei. Die werfe ich denen gegen den Kopf. Der hat ja nur als erstes stirbt. Ja, keine Ahnung. Also in dem Game, in dem Game bin ich echt, äh, gut dran, ja. Achtung, noch einer. Ja, aber dafür hab ich bei den anderen, also bei, wo wir gespielt haben gegen die anderen, da haben wir gut gekehlt. Da hab ich auch gut gekehlt. Und jetzt hab ich auch ein geiles Zielvisier. Kilme und Korn. Das gibt ein Horn. Okay, geh mal los. Okay, ich geh auch nicht mal woanders rein. Okay. Ich folg dir einfach mal. Wir müssen ja im Team bleiben. Es ist ja nicht umsonst ein Team-Game. Ja. Wir gehen intim zusammen. Werden wir intim gehen. Intime. Okay, wir haben hier ein Fenster. Sollen wir die Fenster vorher putzen, bevor wir reinstürmen? Guck mal, da ist ein Gabelstapler. Können wir den bedienen? Nein. Schade. Haben wir lieber. Hm, Batman ist schon wieder hochgekrabbelt hier. Batman. So, du nimmst das rechte Fenster, oder warte mal, kann man hier eigentlich... Ja, mach auf. Du nimmst das rechte Fenster, ich das linke. Ah, da kann man durchgucken, guck mal. Ist ja geil. Boah, das ist so realistisch. Kannst du das Loch vergrößern? Du hast mich geschlagen. Geil. Können wir kaputt machen. Bam, Leute. Jetzt wird es erstmal größer, das Loch hier. Ah, da steht, hol zu rappeln. Ah, ne, Quatsch, ich will nicht rappeln. Kann ich das irgendwie aufbrechen hier? Bist du schon am Schießen? Aber das ist ja Feinde. Das musst du da Ding aufzuballern, oder? Da waren irgendwelche Minen dritter. Die Dinger kann man doch einfach aufsprengen. Ja, hast du Sprengstoff dabei? Ja. Ja, spreng mal auf. Und er holt den Sprengstoff raus. Die kleine Maus. Wie geht das? Ähm. Ich weiß nicht. Bitte spreng dich nicht selbst in die Luft. Ich hab Erfahrung damit gemacht. Was machst du denn da? Was ist denn eigentlich damit? Oh. Yeah, geil. Was hast du jetzt da für einen Sprengstoff hingelegt? Keinen mehr. Okay. Geil. Geile Akte. Ich glaube, da hinten ist ein... Alter, du siehst aber auch nichts rot blingern. Ja, ich hab das schon gesehen. Ich hab das schon gesehen. Das ist ein Bewegungsmelder. Das ist nicht so seltsam desäbelt. Da ist noch einer, oder? Ja. Oh. Das Ding ist ja lauter als... Oh, die haben alles voll gemacht damit. Okay, ich geh mal... Ich geh mal einen Stockwerk weiter oben rein. Hm. Oh, scheiße. Der hat... Ach, Mann. Wieder so einer, der sich in die Luft jagt. Ich hab alles draufgerotzt. Das ganze Magazin. Ich dachte, der ist tot. Und dann sprengt der sich in die Luft. Geil. Sah aber geil aus. Der ganze Bude ist in die Luft geflogen. Naja, ich hab mein Leben geopfert, um dich zu retten, Anke. Ah, jetzt ist der Onkel gleich tot. Also, da muss man den ja lassen, ey. Die Typen, die... Also, die, die die fetten Anzüge anhaben, haben Busse sofort wegrennen. Die sind ja gemeingefährlich. Aber geil gemacht hier, ey. Wie man sich dann so über das Haus anschlängelt und überall kann es alles aufbrechen. Und hier richtig realistisch, wie die Türen aufbrechen. Hier die Fenster. Jetzt wird mir noch ein bisschen schwindelig, weil er hier das Spider-Man macht. Boah, da wird einem ja echt schwindelig. Ich muss dich so wieder... Und da ist er wieder. Du musst dich so erst mal noch mal, weil du bist ja erst hier unten, du bist doch der Fuser gewesen. Und du hast natürlich jetzt hier unten deine Bombe. Ja. Dein Bombenentschärfungsding. Ich bin gestorben. Oh, oh. Der Fuser, der müsste bei meiner Leiche liegen, ja. Wenn er nicht kaputt gegangen ist. Weil der Typ hat sich ja in die Luft gejagt. Kannst du meinen Katalwahn gucken? Da liegt er. Guck mal, der hat die ganzen Wände aufgesprengt. Da ist keiner, das ist nur eine Puppe. Da unten liege ich doch. Ich höre aber Schritte, Mann. Der Hübsche, da bin ich. Ja, das sind die obere Etage, da ist einer. Ja. Der Onkel, der Onkel ist der richtige Rainbow Six Man hier, man merkt es schon. Das Wüstige ist, dass man absolut nicht weiß. Hast du sowas schon vorher andere Teile davon gespielt? Nö. Okay. Ich kann ja nicht bloß vorsichtig, ich muss ja nicht mal alles mit schnell und schnell sich nicht mehr machen, sondern ich mag immer mal so ein bisschen. Ich möchte eigentlich, dass du stirbst. Warum? Nee, ist ja schön, dann gucke ich halt mal zu, ist ja auch mal was anderes für mich. So kann man sich dann, da bist du, musst du nicht rumgucken. Mann, ich habe Angst hier reinzugehen. Ja, geh jetzt da rein, Mann. Einfach X drücken. Geil, geil gemacht. Da ist ja die Bombe. Aber du hast den Refusor nicht geholt, ne? Doch, hast du. Ich habe den doch schon die ganze Zeit, den Refusor. Dann hol mal raus, den alten. Und leg ihn bitte da hin. Ich überlege gerade, wo ich den hinlege. Ja, da. Die Fußgänger abwärmen, ne? Mhm. Musst du, ja. Ich habe bloß da reinzugehen. Platz aber bestimmt auch Fallen legen oder so, da bin ich mir ganz sicher. Die, 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 da kommen sie schon. Ja, Headshot. 45 Sekunden noch. Das ist ja rucki zucki. Da kommen sie. Oh, oh. Oh, der schießt. Was hat der denn gemacht? Lade nach, lad nach, lad nach, lad nach. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Boah, Onkel V ist der Wold, ja. Fast geschafft. 15 Sekunden noch. Ja. Der eine, der wo gerade die Wand gesprägt hat, war so ein Sprengmeister. Mission Lost, wieso? Ah, wir haben den Flüssack kaputt gemacht. Oh, nein. Schönes Ding. Ich bin irgendwie da reingekommen. Boah, gras. Scheiße. Alles über dir. Die Bombe ist in die Luft geflogen. Ja, wenn du mal ein bisschen länger leben würdest. Kannst du mal den Refuser nehmen am Anfang? Äh, Viag drücken bitte. Wenn du mal ein bisschen länger leben willst, kann ich auch nichts dafür, wenn der ist in die Luft jagt, der Affe. Und ich habe mein ganzes Magazin aufgerotzt. Nein, er macht einfach, ich spreng mich jetzt. Was ist denn für ein Refuser? Mit den, äh, Bomben, ähm, Koffer. Den kannst du mal gerne nehmen jetzt. Habe ich doch gehabt von Anfang an. Nee, den habe ich gehabt. Nee, den habe ich gehabt. Echt? Deswegen war es doch sinnlos, dass ich da runter bin. Habe ich ja gesagt, wo ich eigentlich war. Du weißt den gar nicht. Ich glaube, wir haben beide einen. Ich habe nämlich auch so einen Koffer gehabt. Nein. Weil es sind ja auch zwei Bomben. Die AK! Boah, das ist ja geil. Ich nehme jetzt mal so ein Sturmgewehr. Sturmgewehr. Mit dabei ist das Sturmgewehr. So, ich bin ready. Let's go. Let's go to fight. Das ist schon ein geiles Game, ey. Kann man nichts sagen, ey. Bin mal gespannt. Das ist schon witzig. Boah, ich habe ein ganzes Ding. Komm, du mal das Ding fahren. Ich. Ja. Okay, jetzt muss ich erst mal gucken, wohin. Da hinten wieder, ne? Und wir fahren mit dem Moped. Damm-Cooldown, geil. Echt geil. So, da haben wir wieder den alten Bunker hier. Den Terroristen-Bunker. Die Map kennen wir auch schon auswendig hier, hä? Da unten ist das Loch. Und gehen wir mal rein. La, 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 la. Da haben wir schon zwei. Beide Stück haben wir, ja. Sehr schön. So, wo ist denn die Bombe, hä? Ja, wo ist denn die Bombe? Hier ist er auch nicht, okay. Habe ich den schon markiert? Jetzt habe ich den markiert. Was haben wir hier? Da ist noch ein Eingang, okay. Aua. Rückt in die Tür gefahren. So, dann klettern wir mal hier hoch. Sehr schön. Hier müsste die Bombe sein, ne? Bombe? Keine Ahnung, musst du mal einbomben. Keine Bombe, ah da. Was, ah da? Ja, so ein Typ. So ein kleiner, so ein kleiner Mann. Hallo. Ich weiß gar nicht, was die gegen mich haben. Ich bin doch voll nett. No enemy detected. Okay, was haben wir hier? Ein Auto, was die eingepunkert haben, hä? Ein Auto, hä? Oh, 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 da ist einer. Komm, mach den Enemy jetzt da. Zack. Ja, ein bisschen dumm sind sie, weil die könnten ja rein theoretisch hinterherlaufen. Aber ich denke mal, es liegt am Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, die würden wahrscheinlich noch mehr agieren, wenn man auf Vollpower spielt. Oder man ist einfach sofort tot bei einem Schuss. So, hab ich jetzt alles? Den haben wir schon. Ja, im untersten Stockwerk, ja. Hey, hör auf zu schießen. Ah, hier sind wir. Da kommen wir her, okay. Da sind noch zwei. Ja, 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 ist ja gut. Was haben die denn? Was haben die denn gegen mich? Der geht hoch. Ich dachte runter. Du bist doch schon ganz oben. Okay. Ja, dann gehen wir halt höher. Geh weg. Oh, oh. Oh, da war doch einer. Ja. Ah, ich muss die auf jeden Fall angucken. Oh, oh, oh. Oh, okay. Aber bin gut weit gekommen. Einen habe ich noch. Dann machen wir dazu noch nicht. Nee. Ach, guck mal, ich kann mitmachen. Kannst du auffahren? Na klar. Ja, dann los. Ja, aber ich wollte halt dabei sein, weißt du? Dass man die Spieler oder die Zuschauer nichts verpassen. Mhm. Mhm. Ja, so könnt ihr jetzt bei jedem sehen, wie er mit dem Roboter heizt. Ich bretter hier. Können wir uns gegenseitig anstülpen hier. So, ich gehe da mal ganz nach oben. Ich schaue mir dann mal die Disco an hier. Da ist wieder so ein Sprengmeister. Da ist noch so einer. Boah. Okay. Okay, dann haben wir auf. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ah, ich bin tot. Okay, ich bin erledigt. Schauen wir noch bei dir schnell zu. Oh. Also es ist ein ganzer Arsch von diesen Soldaten da. Oh, hier, C4. Hm. Hier ist alles voll C4. Na toll. Und da sollen wir durch, ne? Und da sollen wir dann durch, das ist der Wahnsinn, ne? Das hört sich voll geil an. Miep, 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 miep. Miep, 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 miep. Naja, schauen wir mal, was passiert hier. In der Disco. Boah, da ist auch noch eine Bombe. Ja. Mhm. Also eine dicke A-Bombe haben wir, aber jetzt fehlt noch die B-Bombe. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht, bevor wir die Bombe entschärfen, ob wir nicht erstmal die ganzen Typen ausschalten sollen. Weil dann kommen die nicht alle auf einmal angerannt. Ich weiß ja gar nicht, wo die alles sind. Wer das alles ist. Naja, wie viele das sind. Die ganzen roten Markierungen, die können wir alle töten. Oh, ihr habt die weggesnipet. Also wollte ich wegsnipe mit der Pumpgun. Also da wo... Ah, ja. Bomb B-Found. Jetzt haben wir alles. Okay. Rein theoretisch machst du jetzt nur noch Soldaten markieren. Sehr geil, sehr geil. Scherz-Stacheldraht. Also hier ist keiner? Hm. Ist noch einer. Dach. 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 Boah, was hier alles abbreitet und kaputt geht. Wahnsinn. Ah, da kannst du den jetzt da drunter stehen lassen. Dann gehen wir los, oder? Ja. Töten jetzt. Warte, das ist halt mein Hobby. Töten. Ja, oder sterben. Na. Ich hab jetzt eine richtig fette Knarre. Also mit der müsste ich die sofort ausschalten. Eine richtig fette. Eine richtig dicke. Ich kann aber auch nicht rennen damit. Also ich bin total langsam. Richtig realistisch, das Spiel. Okay, was haben wir jetzt vor? Du hast einen Häupteingang. Ja, wir haben ja die Ziele da oben. Häupteingang? Ja, ich spreng den. Und dann warten wir. Die kommen eh schon raus. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen zurück. Ja, aber... Hier, hinter Deckung. Volt to Volt. Wenn die sobald die rauskommen, mach ich bum 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 bum. Ich versteh's nicht. Was? Kannst du nicht sprengen? Kannst du nicht sprengen? Ich sag gar nicht. Weißt ja nicht, was du da machst. Ah doch, jetzt hast du da Z4 drangehauen. Warte. Alles klar? Komm hier hinter. Hinter den Gummireifen. Hier ist eine geile Deckung. Oh, da kommt ein Jet. Wo ist der? Weiß. Hörst du das nicht? Da fliegt ein Jet. Ah, jetzt hab ich's nicht gesehen. Egal. Ui, die Tür ist weg. Okay. Ich höre was. Kommt aber gerne. Ich lock's mal an. Okay, da kommen sie doch. Hm. Ja, tot. Ah, geht doch. Okay, da kommt noch mehr. Komm mit in die Deckung. Boah, das scheiß Magazin dauert ja drei Jahre zu wechseln. Okay. Ich sag, die kommen von allen Seiten. Echt? Komm schon, du hast zu zweitem Waffe. Achtung, lebt der noch? Achtung, der sprengt sich. Weg. Okay, haben wir ausgeschalten. Da konntest du nie in die Luft jagen. Okay, wir haben aber trotzdem noch haufenweise Gegner. Na ja. Doof, dass die von allen Seiten kommen. Ich höre noch Schritt oder bist du das? Ne, ich bin das. Wir können gerne die Leiter oben hoch. Und dann gehen wir von oben. Oder wir gehen jetzt gleich durch den Haupteingang. Ich hab auch noch eine Granate. Achtung, ich lade noch mal kurz nach, das dauert immer ein bisschen. Ich hab mal eine Cam. Hä? Ist doch eine Cam, oder? Eigentlich müsstest du noch eine Cam haben. Ich mein, ob das eine Cam ist hier oben. Ne, das ist eine Alarmanlage. Okay, hier links ist es frei. Die sind aber sehr vorsichtig sicher. Hier ist nix sicher. Oh, jetzt bin ich blind. Oh, ich seh nix. Oh, Junge. Bin bei dir. Oh, was willst denn du hier? Du warst doch rechts. Was will ich hier? Ja, ist tot. Ein Schuss. Also die Waffe ist echt geil. Boah, das macht Spaß. Jetzt will ich richtig taktisch vorgehen, okay? Wie sieht's aus? Du musst immer sagen, ob der Raum sicher oder nicht sicher ist, ne? Sicher. Ja. Gesichert heißt das. Ach, halt die Fresse. Sicher und gut ist. Okay, der Flur ist sicher. Guck mal, der Raum hier. Der sieht nicht so sicher aus. Nicht sicher. He, he, he. Nicht sicher, toll. Ja, du darfst nicht so schnell vorgehen. Du musst leise mit Gefühl vorgehen. Gesichert, gut. Guck mal hier hinten rein. Ich hör irgendwas. Ja, ich auch. Guck rein, ich guck dir den Eingang aus. Hä? Ja. Oh, nicht sicher, nicht sicher, nicht sicher. Du musst schon mal zurückschießen, du Nase. Ja, ja, ich muss erst mal weg. Ja, sicher. Gesichert. Meine Granate hat den weggefetzt. Oh, der lebt ja immer noch. So, jetzt ist er tot. Krass, der hat die Granate überlebt. Obwohl ich... Oh, ich hab nur noch 25. Ich weiß nicht, ob die Rüstung ist oder die Lebensvergift. Ja, dann ist es vielleicht besser, wenn ich die nächsten Räume vorgehe und du sicherst ab. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich heile irgendwie? Nein, wie weit bist du? 25 habe ich nur noch. Wie weit du bist? Wobei... Na, mit den Räumen checken. Ach, da kommst du ja schon wieder. Hier ist alles gesichert, alles gut. Okay, sollen wir nochmal unten absichern oder... Ja. Ich hab auch keine Markierung mehr, Rot. Ich hab halt nur noch wenig Lebensenergie, das ist halt scheiße. Also hier der Gang ist sicher? Gibt es keine verkackten Medikets oder was? Medikatzen? Komm her. Pass auf, ich geh jetzt vor. Ich hab ein bisschen mehr Energie. Ja, geh vor. Ich hab noch drei Blendgranaten. Sicher. Okay, hier geht's raus. Hier kam der ersten Typen raus, glaub ich. Ja. Ah, die haben auch hier schon einen dicken Plan gemacht. Okay, ich geh jetzt mal hier links rein. Wenn irgendwo unsicher bist, dann kann ich in der Blendgranate werfen. Hier ist auch sicher. Jetzt räumen wir hier mal die Kunden ein bisschen weg. So, also hier hinten ist alles sicher. Ah, wir haben wohl schon ordentlich weggeratzt. Du läufst mir gerade nicht hinterher, oder? Doch, ich bin hinter dir. Du solltest die Räume absichern. Hab ich. Nein, du sollst die Eingänge, meine ich, absichern. Und du grenzt mir hinterher. Ja, und die Eingänge sicher ich. Bist du das jetzt? Genau, bleib gehackt. Ja. Boah. Ja. Boah, schreck mich nicht zu. Hehehe. Der Onkel, der macht sich gleich eine Hose da. Da geh du vor, das? Ja, ich bin ein Schuss, so war es das. Geh du mal runter. Na, dann hör auf. Siehst du das in die Hose? Warte, ich hab eine Blendgranate, wenn du was hieß, sag Bescheid. Ich will die mal einsetzen. Da vorne ist auf jeden Fall eine Bombe. Hier hinten ist einer, warte, warte, da hinten ist einer. Bleib versteckt. Oh, im Raum vorne? Bleib einfach versteckt. Ja, ich werfe eine Granate, ja? Bleib einfach versteckt, Mann. Oder werfst du um die Ecke. Ja. Achtung, du hast geschossen. Vier Lebensenergie hab ich noch. Scheiße. Das ist eine Rauchgranate, ne? Achtung, die kommen noch von einer Seite. Ja. Von oben, oder was? Keine Ahnung, von wo. Ich hab nur noch vier Lebensenergie. Ich bin nicht mehr lange dabei, außer du kannst noch wieder überleben. Du musst die Räume absichern, so wird das nicht. Du bist da dahinter. Wer ist hinter dem, hinter dem Ding. Fuck, ich hab nur noch Pistole. Scheiße, kann ich dir Munition geben? Nein. Da, Achtung, 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 hinter dir. Guck mal. Da, wo das Holz davor ist. Da sind ganz viele Füße. Drei, vier Stück. Ich könnte da ja locker aufmachen. Hä? Wollen wir da durchballern? Nee, nee. Okay, gehen wir weiter. Da ist eine andere Idee. Da ist Gefühl. Ah, nee, das ist eine Munition, ne? Da hinten ist eine Munition. Hast du auf, Junge. Oh, fuck. Geh weg. Ah, ich bin... Doch, du kannst mich retten. Ich halte die Wunde zu. Komm und belebe mich, ja. Komm schon. Geil, geil, geil. Wie viel Leben zu da gehen? Ja, hab ich 50. Geil, ich lass mich jetzt immer sterben. Dann können wir uns wieder aufhelfen. Das ist geil. Wie ist das geil? Okay, mein Granatenrafer ist jetzt auch weg. Da hinten ist Munition, falls du brauchst, ne? Ah, da schießt einer. Wo, wo, wo? Ich schon die ganze Zeit da drin in dem Raum. Und du rennst und denen sein Schuss fällt. Achtung, ich hab... Ach, du Onkel. Du bist genau... ...vor die Granate gerannt. Tut mir leid, ich zieh nichts mehr. Ja, ich weiß. Ich glaub, der ist tot. Du glaubst, dass du... Oh, fuck, Hilfe! Oh, tot. Nein, ich komm. Hinten in der Tür. Wo du gesagt hast, die Holz... Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Mh, erschossen. Kacke! Die haben durch das Holz... Ja, der Typ hat ein dickes... Aber geil! Echt! Also, das macht... Wenn man, ich glaub, so langsam mit der Zeit... Umso mehr wir spielen, umso mehr kommen wir mit der... Das macht auch richtig Spaß, die Räume zu säubern und so. Bisschen schwierig mit der Lebensenergie. Das heißt, man müsste schon fast durchrennen, ohne dass man getroffen wird. Kann man bestimmt, aber natürlich, da müssen wir erstmal üben. Ja. Ja. Das war's schon wieder. Das war's. Naja, schade. Geht oder her. Hat dich das Spiel überzeugt? Nein. Bist du... Bist du... Gameboy 6 worden? Nein. Mein Fazit zu dem Spiel... Äh... Es muss ein Fünfer-Team her. Ansonsten hat's keinen Arsch. Eindeutig. Äh... Also, äh... Kaufen werde ich's mir nicht. Hat zwar Spaß gemacht, klar. Aber kaufen werde ich's mir erstmal nicht. Solange ich kein Team zusammen hab, um das hier ordentlich zu zocken. Ähm... Ja, fünf Mann brauchen wir. Also dreimal noch. Ich mein, wir haben jetzt bloß gegen CPU gespielt. Und das war schon heidenschwer. Wir haben's nicht geschafft. Wie soll denn das dann gegen richtige menschliche Gegner gehen, ne? Gegen die Profis. Hm. Und jetzt, äh... Ich mein, das hat zwar Spaß gemacht und so. War mal ein gutes Erlebnis. Aber... Ja, also... Ich brauch's nicht. Naja. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Das ist das Wichtigste. Könnt ihr euch ja auch und eure Meinung da bitte drunter schreiben in die Kommentare. Bisschen drüber quatschen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Geben natürlich auch sofort Antworten. Wenn ihr Fragen habt. Wie gesagt, wenn ich ein geiles Fünfer-Team hab oder so. Wenn ich ein Team zusammen hab, hab ich kein Problem mit das Spiel zu kaufen. Aber jetzt so mit Rewano zusammen hat's zwar Spaß gemacht, aber das schafft man. Wird halt nicht. Naja, da fehlen halt noch drei Leute, ne? Wir bleiben ja nicht hin. Richtig. Bis denn. Ciao. Ciao.